Oh mein Gott, no G-Skim. Das war mein Stream-Step, der mich! Wir müssen wirklich aufpassen, Freunde. Jan ist so gut in dem Spiel geworden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat dich geno-scooped! Das ist der wirklich! Jan, Jan! Jan, tschüss, du hast komplett den Stream kaputt gemacht! Jan! 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 Ich elimele dich mit der Pamp und du bist der kleine, fette Bruder von Donald Trump. Eben genommen, 2.0. Community, was geht? Heute werden wir einfach Jan-Wick-Stream snipen. Okay, Leute, wir gehen Craigie und Leute, bitte hört auf zu stream snipen. Ich habe letztes Mal auch gestreamt und ihr wisst ganz genau, da hatte ich auch gar keinen Bock mehr, weil ihr nur am Stream snipen wart. Das ist der kleine Cousin von Fatih Brate. Ah, okay. Ich weiß natürlich nicht, wann und wo ich lande. Und der Junge ist viel zu lustig. Ich feiere den heftig, weil der immer krank ausrastet. Okay, Leute, hier landet jemand mit. Falls ihr Jan-Wick auch genauso sehr feiert wie ich, lasst mal ein Like da. Ich bin echt gespannt, wie viele Leute ihn auch feiern. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch Stream snipen Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Okay, Leute, wir spielen natürlich schon mal einen Bruders-Account. Ich wollte ihn ein bisschen in die Arena hochpushen. Sondern er wollte sich auch lassen. Denn es fehlen noch knapp 80.000 Abonnenten zu den 500k und ich bin euch da so krank dankbar. Ihr seid die beste Community. Schaut mal, wie findet ihr meine neue Skin-Kombi Aerialist Soil Trooper mit dem grünen Dino-Bagbling. Das ist doch heftig, Freunde. Seid mal ehrlich. Digga, ich duppelst du ihn. Die Spiel ist halt so komisch. Das ist halt so ein kompletter... Und ich muss auch ohne Paddels... Geil, Leute. Nicht Rage. Das ist nur ein Stream. Das ist nur zur Unterhaltung. Und er hat auf jeden Fall gesagt, er wird Craigie landen. Und er ist auf PC gewechselt. Und er ist gar nicht so ein schlechter Spieler. Also er ist wirklich gut. Und er hat gerade auch gesagt, er hat gar keinen Bock auf Stream-Sniper. Wenn er wüsste, dass der Stream-Sniper Nummer 1 der Stream-Snipe-King auf YouTube in seiner Runde ist, dann hätte er gar keinen Bock. Leute, aber bitte aufhören zu Stream-Sniper. Oh, oh, Freunde. Oh, 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 oh. Hey, ich bin so one-shot. Was geht hier ab? Hey, ich kann... Ich kann Jan gar nicht Stream-Sniper. Was geht hier ab, Alter? Es landen hier so viele, Digga. Ich weiß nicht, ob ich FIFA nicht streame. Ich streame so lange, wie ich Bock hab einfach. Oh, Leute, warum macht ihr kein Ukeland? Sonst macht ihr immer Uke. Mein Bruder... Ich weiß schon, ob mein Bruder später FIFA streamt. Wenn der Bock hat, dann macht er es schon mal. Normal wird später FIFA gestreamt, Leute. Normal. Jan, ich weiß nicht, wie man den Xbox-Controller damit verwendet, das ist das Problem. Hätt ihr das gemacht? Nein! Voll lost geworden. Junge, ich bin hier auf einem Xbox-Controller, das ist ganz anders. Freunde, da vorne ist Jan. Warum? Hinter mir ist auch noch ein Gegner, aber da vorne ist Jan. Ich habe keine Mads. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, das wird der schwierigste Stream-Stip, den ich je gemacht habe. Keine Mads. Oh mein Gott, ey, das fängt jetzt schon an. Ich hätte dir nur ein Fünfer-Held gegeben. Komm her, Jan. Ich weiß, dass du hier bist. Oh mein Gott, no G-Skin. Nein! Ehe genau wie Junge, er ist so sauer. Junge, das ist Sievex. Er rastet so sehr aus. Oh mein Gott. Schaut mal, wie er ausrastet. Was? Das war doch nicht Sievex. Doch, guck mal, der heißt so... Guck mal, was einen Schwind er hat. Den hat der... Du weißt doch, er steht Sievex. Stell dich vor, warum hat der Scrap-Controller gemacht? Was ist los mit dir? Ja, der kann sich damit nicht verbinden. Matsch, ruf den an. Ich habe doch seine Nummer. De, de, de. De, de, de. Rip, Yogi, rip. Heißt der nicht, Z-Kurier und was? Das war der doch nicht. Doch, das setzt sich unbenannt. Mach mal auf laut, ich will zuhören. Wartet mal kurz, er ruft mich an. Ey. Hast du mich gestream-snipet? Wie gestream-snipet? Was ist das? Jetzt tu nicht so. Du hast mich doch gestream-snipet, oder? Ich weiß nicht mal, was stream-snipet ist. Was reden Sie gerade? Junge, das ist dieser Name, den Oma benutzt. Und... Mann, Oma, wie gestream-snipet du mich? Wie? Ich stream-snipe die... Du musst doch mal so weg für mich gehören. Hör doch auf damit. Wie? Hä? Ich mach doch gar nichts. Ich bin gerade draußen. Ja, Mama, ich komm gleich. Warte, Mama, warte, Mama. Mich ruft gerade so ein YouTuber an. Du bist mit deiner Mutter draußen, oder was? Oder was? Ja, ich bin gerade meiner Mom bei Einkaufen helfen. Ja, warte, Mama. Mama, warte, ich komm gleich. Mich ruft so ein YouTuber an. Warte, Mama, mich ruft so ein YouTuber an. Ja, warte, Mama. Ich komm gleich. Ich helfe dir gleich, die Tüten zu tragen. Oh, schläg einfach auf, halt. Wieso stream-snipe dieser Junge mich, ja? Ey, er hat direkt aufgelegt. Er ist so sauer. Oh, mein Gott, er ist so toxic. Oh, stream-snipe die nächste Woche. Ich weiß, dass er sowas macht, ne? Aber hat der nicht einen anderen Namen? Hat der nicht irgendwas mit SQ-Zinn? Das ist Z-Mex. Ich bin doch nicht dumm. Ich wollte noch letztes auch Z-Mex bleiben. Der Scherz sagt zwar auch, dass es Z-Mex, aber manche sagen auch nein. Also ich bin wieder weg. Das ist Z-Mex. Ja, keine Ahnung. Du, was fürst sagt der mich? Ey, er ist so sauer, Freunde. Wenn wir jetzt noch ein paar Mal stream-snipe, er wird so ausrasten. Er weiß, glaube ich, schon, dass wir das sind, aber wir werden so tun, als ob wir das nicht sind. Das wird so witzig. Okay, Leute, wir lampen. Ich trat einfach mal Leuchtturm. Ich hab gesehen, da lampen manche Pros. Vielleicht ist das ein guter Spot. Aber ihr wisst jetzt, das war Z-Mex, ne? Vor allem bitte sein YouTube-Video auf den Namen. Okay, Freunde, wir sind wieder in seiner Runde. Er fliegt auf jeden Fall Richtung Pleasant Park. Warte, ich gucke kurz, ob da Z-Mex war. Der Chit sagt ja, ich sag nein. Warum sagst du nein? Was ist der? Lass dir doch die Chit vertrauen, Digga. Ja, vielleicht macht er wieder einen seiner Steam-Snap-Videos, Alter. Und sein großer Bruder Jam hat gerade gesagt, dass ich das bin, aber dass er eher nicht denkt, dass ich das bin. Und dann hat der Chat reingeschrieben, dass ich das zu 100% bin. Ein paar Ehrenmänner waren im Chat auch dabei, die so reingeschrieben haben, nein, das ist nicht sein Account, er heißt Anders. Dann hat er nachgeschaut. Egal, der ist eh schlecht. Ich werd den jetzt so auseinandernehmen. Vielleicht für meinen X-S-S-Kontroll, ich werd den nur mit einer Pistole, mit einer Pistole holen, Digga. Und jetzt denken die wahrscheinlich, dass ich das bin. Also, Freunde, wir sind aufgeflogen, aber das ist nicht schlimm. Weil wenn er mich nochmal anrufen sollte, dann werd ich nicht drangehen. Oh, Digga. Schneesturm. Ganz oben? Ja, noch jemand. Das ist nicht Sie-Max, oder? Und wie es aussieht, landet er ungefähr beim Leuchtturm. Es ist schwer einzuschätzen, aber wenn er so hoch ist, dann wird er wahrscheinlich beim Leuchtturm landen, ja. Oh mein Gott, Alter, ich hab so Bock. Er wird bestimmt so ausrasten. Das wird mies lustig. Das ist der Glaube. Junge, guck der Mensch. Ich gucke mir grad sein Video an. Wie heißt er da? Ist das gleich noch? Mal die Echse, oder so heißt er. Das Gute ist, er kann mich jetzt nicht sehen, deswegen ist der Windsturm gut. Schreibt mal eine Eins in den Chat, wenn ihr den Windsturm feiert, weil es eine Abwechslung ist, und schreibt mal eine Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, nee, Windsturm ist das Unnötigste, was es in Fortnite gibt. Okay, Freunde, er ist grad ganz oben gelandet. Ich hoffe, er hört das nicht, dass ich ihn gerade abbau. Hier oben, oben sind auch Kisten. Oben sind auch Kisten. Oh, hier ist der Legendäre. Der baut ab. Niemals. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, Freunde. Braucht doch einen Job, oder? Guck mal runter, guck mal runter. Ah! Nein, nein, nein. Ein Zock? Nein, er hat eine Ska. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab keine Waffe, er hat eine Ska. Hat er mich gesehen? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat, Freunde. Oh mein Gott, nur eine Sniper. Scheiß doch, der hat keine Waffe. Pickaxe den. Er traut. Pickaxen? Du hast eben... Das ist Sie, Max, ne? Das ist der nicht. Doch, das ist Sie. Das ist Sie. Boah, ich hab dir nicht zu pickaxen aus Prinzip, Digga. Komm her. Alter, schon wieder nur eine Sniper. Spielen wir hier Sniper-Modus. Braucht eine Waffe, um ihn zu pushen. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Da ist der. Ich harpoon den. Nimm richtig die Ehre. Harpoon den. Du hast noch einen Harpun-Schuss. Wie viel Sniper hat der, Digga? Komm, wie lost der ist. Ich sag doch, ich hol den Easy. Ey, er ist echt nicht schlecht. Oh mein Gott, Freunde. Das ist so intens, gegen ihn zu fighten. Nein, oh mein Gott, wach. Was machst du, Jan? Ey, das ist extra gar nicht. Ich sag doch, der ist doch lost. Das geht hier ab, Alter. Okay, ich zieh mich jetzt erstmal zurück in den Windsturm. Dass er ein bisschen Angst bekommt und hol ihn gleich. Jan, was machst du? Ich spiel mit dem Spielchen. Hör auf, vertrau mir. Oh, die sind Flossen. Was versuchst du da? Ich muss mir erstmal Minis geben, weil er ist echt kein schlechter Spieler. Wir müssen wirklich aufpassen, Freunde. Jan ist so gut in dem Spiel geworden. Ich hole den Schneeball. Ist der da unten? Warum? Was macht der da unten? Keine Ahnung. Ich würde den richtig ehrennehmen, sonst bin ich nie wieder ein Sneebsnip. Ey, der wirft mich absolut mit Schneeballen ab. Ich gags den. Ich glaube, ich bin nur ein Sniper. Ich habe gleich keine Mads mehr. Boah, so ein kranker Quickscope. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat dich genoscopet! Das ist der wirklich! Jan, du hast komplett den Streep kaputt gemacht. Er hat so kassiert. Er hat so ein Quickscope kassiert. Oh mein Gott! Junge, du! Jan! Jan! Warum schlägst du mich? Ich werf dich so! Jan! Junge, alles nass geworden hier. Einmal Hashtag Ehre genommen in die Kommentare, bitte. Für diesen kranken Quickscope. Er war richtig motiviert. Er hat mich so krank gepusht. Man hat gemerkt, wie sauer er ist. Okay, er rastet jetzt schon ein bisschen mehr als vorhin aus. Du hast die Flasche kaputt gemacht. Für den nass geworden wegen dem. Ja, ich auch. Du machst hier alles sauber, Leute. Die Flasche hier ist explodiert. Papa! Du hast die Flasche kaputt gemacht, Mann. Meine Wand ist komplett durchnässt. Jan, spiel nicht, wenn du damit nicht wiederkommst. Was? Ich sag, du mich hilf mir zu einkaufen. Ja, sind doch jetzt schon ein, zwei Runden um. Er rastet so sehr aus. Das ist der wirklich, Leute. Ich schwör auf alles, das war der. Schau, was hat der für einen Skin gehabt? Ja, dieses scheiß OG-Skin. Der denkt ja, wie krass, wenn er einen OG-Skin hat, Alter. Ey, der ganze Boden ist durchschnässt, Mann. Ja, schön. Warum spielst du doch mit dem? Wie spielst du mit dem? Der holt doch mit dem, der stimmt nicht. Hol den doch einfach. Warum will ich einen Pickaxe? Weißt du was, Jan? Ruf den einfach mal an. Nur in mein ganzes Zimmer. Ey, der ruft mich gerade an. Der ruft mich gerade an. Aber ich glaube, ich gehe nicht dran, oder? Soll ich drangehen, Freunde? Ich glaube, ich gehe nicht dran. Schau mal, der geht nicht dran. Komm. Wenn wir jetzt drangehen, dann weiß er zu 100%, dass wir das sind. Nee, ich lege auf. Ich lege auf. Ich gehe da nicht dran. Ey, jetzt ist er noch mehr sauer. Es klingelt. Da steht sogar, es klingelt, Digga. Geht extra nicht dran. Mann, Junge, geh doch dran. Stellt euch mal vor, ihr werdet gestreamsnipt, dann wollt ihr die Person anrufen, ihr eine Ansage machen und die Person geht einfach nicht dran. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal in der Runde. Wenn wir ihn noch ein drittes Mal holen, dann wird er komplett ausrasten. Und wenn er mich dann anruft, beziehungsweise ich rufe ihn dann an und lache ihn ein bisschen aus, dann streamsnipe ich ihn nochmal. Dann sage ich so, okay, ich habe aufgehört, nicht zu streamsnipe. Egal, schaut selber, Freunde, es wird noch viel krasser. Wenn der nächste Mal kommen sollte, holst du den, okay? Du kriegst das schon hin, ich vertraue dir. Sinex, ich weiß ganz genau, du bist in meiner Runde. Okay, Freunde, wir sind zum dritten Mal in seiner Runde. Ich sage euch jetzt, was mein Plan ist. Deswegen, wenn du eierst, komm jetzt zu diesem Dorf hinter Frenzy, wo ich gerade hingehe. Ich will ihn streamsnipen, dann will ich ihn anrufen und so tun, als ob ich aufgehört hätte, ihn zu streamsnipen. Dann denkt er, okay, er kann normal weiter streamen und dann werden wir weitermachen. Ich würde dich jetzt sowas von klappen, Digga, auch wenn ich einen komplett anderen Setup habe, Digga. Du bist so schlecht. Wie holst du? Guck mal, ich hätte dich gerade fast gepickaxed, Digga. Das war so close. Na, Abi? Ich hab nichts mehr dazu, Alter. Ach, sie ist ja schon dreimal in unsere Runde gekommen. Also jetzt, wenn der hier auch wieder aufgehört ist. Ja, nee, der ist sowieso drin, Digga, guck mal. Und da ist der, oder? Ist der das? Keine Ahnung. Komm doch hier hin, Sinexin, oder nicht draußen. Freunde, er hat mich herausgefordert. Er hat gesagt, ich soll zu dem Dorf hinter Frenzy Farm kommen und dann fighten wir direkt. Okay, wo bist du, Can? Wo bist du? Hallo? Es wird so hart seine Ehre genommen. Can, ich warte auf dich. Er ist dort vorne. Erstmal respektiert, Junge. Komm her. Guck, ich sag doch, der ist drin. Der da drin? Was? Du machst mal eine Punkte runter. Ich werd Sinex holen. Ich soll in diesen Gebüsch da reingehen, aber der weiß ja, dass ich schon da drin bin. Der guckt ja streamen. Der kleine Bot. Anders könnte er mich auch nicht holen. Der weiß, der hat immer diesen kleinen Vorteil, Digga. Ich nimm den jetzt mit Granaten, Hops. Komm her, du Bot. Wo bist du? Wo ist der? Er ist in diesem Haus, glaube ich. Ich snipe dich. Er wirft Granaten. Okay, Bruder, wenn du mir so kommst. Er schießt runter, der kleine 31er. Boah, wie lost. Oh mein Gott, das ist so ein kranker Fight. Junge, das ist ja wirklich schon wieder der gleiche Skin. Ja! Du bist so sch***, Mann! Du hast doch geschossen! Mann! Was bist du, was der dich jedes Mal holt? Junge, du bist so sch***, luchte mich! Oh mein Gott, let's go. Let's go, Alter, ey. Er rastet so sehr aus. Ey, ey, ey. John Wick, wer bist du zum... Wie holt der dich? Ich... Dein RIP! Der tanzt auch nur jedes Mal, Mann. Der ist scheiße! RIP, RIP, Alter, hier hast du deinen RIP! Melde den, Mann. Man darf doch gar nicht den Streamsnipern. Melde den. Wie geht das? Keine Ahnung, melde den. Ich schwöre, melde den. Reicht doch, ja. Ist mehr Chicken Burger als McDonalds produziert, aber weißt nur, dass du gegen mich jeden Fall verlierst. 100% Freestyle. Da wird sogar dein großer Bruder jamgeil. Ich elimier nicht mit der Pump und du bist der kleine, fette Bruder von Donald Trump. Ere genommen. 2.9. Oh, geil, 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 geil. Ey, er ist so ausgelastet. Let's go. Ich liebe diese Streamsnipern-Videos. So, Leute, der wurde gemeldet auf jeden Fall. Mal gucken, ob der weiter seinen Streamsnipern-Videos machen kann. Keine Ahnung, 30er, Alter. Nur am Streamsnipern, angeblich einkaufen, angeblich mit seiner Mutter einkaufen. Hält mal deine F***, Alter. Weißt du was? Mach du alleine weiter, ich geh weg. Ich hoffe, so hast keinen Bock. Guck, wegen solcher Leuten, wir haben keinen Bock zu streamen. Okay, Freunde, mein Bus kommt von Steamy bis nach Slurpee. Wir sind wieder in seiner Runde. Hey, wartet mal, was macht der da? Leute, wisst ihr was? Ich weiß sowas, dass er wieder an meiner Runde ist locker. Deswegen rufen wir den Typen jetzt mal an einfach. Hey, Leute, wir rufen ihn jetzt an. Oh mein Gott, er ruft mich an. Er ruft mich an, Freunde. Hallo? Ja, komm, komm, Palettiland, wenn du dich drauskommst. Schwimmschipps doch einmal, trau dich. Hör, wenn du eierst, komm. Wie, Palettiland, was meinst du denn? Ja, du süß, er ist mich doch die ganze Zeit. Ja, okay, ey, Bruder, ich bin ehrlich, okay? Ich hab dich dreimal gestreamsnipern. Ich werde damit aufhören, okay? Ja, hör auf. Ja, Bruder, versprochen, ich werde dich nie wieder streamsnipern. Ey, Freunde, schaut auf jeden Fall bei John Wick vorbei. Freunde, das war's mit dem Streamsnipern-Video. Ey, Bruder, es tut mir ehrlich leid, okay? Du kannst jetzt ganz normal streamen. Okay, danke. Ja, okay. Ey, dann viel Spaß noch beim Streamen, geh. Hau rein. Sorry nochmal, es tut mir echt leid. Ja, egal, dann ist es nicht schlimm. Okay, gut, freut mich. Hau rein, Mann. Okay. Leute, guck, endlich. Jetzt kann ich ganz in Ruhe mal zocken, Alter. Okay, oh mein Gott, Freunde. Er hat gesagt, ich soll Palettis... Ey, der denkt, der denkt jetzt wirklich, dass ich aufgehört hab, ihn zu Streamsnipern. Hier, Junge. Ey, der kennt mich 0,0. Das ist das. Das ist das, Freunde. Als Streamsniper müsst ihr immer richtig dreckig unterwegs sein. Dann ist es immer viel lustiger. Und jetzt, Freunde. Das Ding ist, John ist Ehrenbruder. Ich mag den Jungen, als ob er mein kleiner Bruder wär, so. Wisst ihr? Ich feiere die Videos, die er immer mit Fatih gemacht hat. Die waren mies lustig. Aber ey, jetzt, Freunde. Wir müssen ihn nochmal so richtig hochnehmen. Ey, John. Falls du das hier jetzt siehst, es tut mir wirklich leid. Aber jetzt wird deine Ehre genommen. 4.0. Ich werd ihm jetzt so gekleppt, wenn er gekommen wär. Ich werd ihm so hops genommen, wenn er jetzt gekommen wär. Ich werd ihm so... Meinst du, er hat Angst bekommen oder warum? Was? Ja, er hat Angst bekommen. Genau, er hat Angst bekommen. Ich werd jetzt erstmal das Haus hier looten. Mir ein bisschen Zeit lassen, sodass er denkt, okay, der ist wirklich nicht in meiner Runde. Auf einmal sieht er dann meinen Skin. Und dann weiß er schon, ach, nicht schon wieder, Siemex, was willst du von mir? Und dann wird in seinem Kopf irgendetwas ganz komisches vorgehen. Er wird richtig sauer sein, vielleicht wird er auch Beleidigungen droppen. Aber ich denk nicht, ey, das ist ein guter Junge. Wie lange streamst du noch, fuck it shit? Keine Ahnung, ich glaub, mein Bruder streamt hier nach, glaub ich, gleich FIFA. Ich mach noch ein paar Runden. Kann man, wie viel ruhig... Eventuell machen wir gleich noch Custom Games. Okay, Freunde, er denkt anscheinend, wir sind wirklich nicht in seiner Runde. Und er ist einfach vor mir hier in Paletti-Land. Seht ihr ihn dort vorne? Wir müssen ganz leise sein, Freunde. Kassiert die ganze Zeit hin, Alter, der Arme. Dann weg, Junge. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass wir das sind. Jetzt weiß er es. Allerspätestens jetzt weiß er es. Ey, als ob das... Nein, ich dachte, er hört auf. Das ist doch jetzt nicht Siemex, oder? Als ob, ich dachte, er will nicht mehr. Oh mein Gott, ich hatte 36 HP. Jörg, du bist so... Oh mein Gott. Ich dachte, er hört auf. Jörg, du hast so eine Schicht. Nein, ich spende den Streamlot, ich habe keinen... Ey, er ist so sauer. Oh mein Gott, der macht gerade alles kaputt. Der rastet so sehr aus. Der Arme, Alter, ey, er tut mir jetzt wirklich leid. Boah, das ist voll ab, Alter. Das riecht sogar, obwohl ich nicht... Aber trotzdem, schaut mal, wie der ausrastet. Oh mein Gott. Junge, hört doch auf. Warum nicht? Das ist echt lustig. Ey, es tut mir so leid. Es tut mir echt so leid. Ach man, rip. Rip auf jeden Fall an dem Bruder. Ey, wir haben schon diesen Pappschuss nicht getroffen. Leute, ich bin jetzt im Stream. Bedankt euch bei dem YouTuber Siemex, dass ich jetzt im Stream beenden muss. Ja, Leute. Ist auch für die anderen. Aber Siemex hat mir wieder voll den Tag reingeschissen. Ich habe keinen Bock mehr, haut rein. Leute, wisst ihr was? Ich rufe den kleinen... 31 waren jetzt nochmal an, Alter. Okay, Freunde, er ruft mich an. Ich werde jetzt alles auflösen. Was soll das? Ey, Bruder, verzeih mir, ehrlich. Verzeih mir. Aber sei mal ganz ehrlich. Sei mal ganz ehrlich, wie lustig war das gerade? Du hast nichts erwartet. Und auf einmal streamstab ich dich nochmal und hol dich. Wie bist du bitte ausgerastet? Das war so lustig. Junge, warum machst du welche? Du hörst auf. Ey, sorry, Bro. Ich sage dir ehrlich, ich werde das nie wieder machen, okay? Ich werde das nie wieder machen. Ja, das habe ich zwar gerade eben auch gesagt, hast du recht. Aber das Ding ist, ich habe ein Streamstyle-Video aufgenommen. Bruder, verzeih mir ehrlich. Aber ey, dafür geht jetzt meine Community rüber zu dir und zu deinem Bruder auf den Kanal. Und macht mindestens 10.000 Abos mehr als Entschuldigung, okay? Ja. Ist dann alles wieder gut? Ja, okay, danke. Kein Stress, Mann. Okay, Freunde, ihr wisst Bescheid, ey. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, neben meinem Kopf kommt ihr zu dem Kanal von Jan. Ihr könnt mich gerne auch abonnieren. 20.000 Likes. Dann streamstab ich Jan vielleicht nochmal. Mal munkeln. Vielleicht kommt auch die Rache von ihm. Man weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, in nächster Zeit, ob ich nochmal gestreamt sein werde von ihm. Aber das passt schon so gut wie sicher. Neben meinem Kopf werden euch auch noch weitere Videos angezeigt. Gönnt ihr euch auf jeden Fall. Und das war es von unserer Seite aus. Tschüss.